Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kurzen Vorstellung des V2 Texture Packs. Ja, der liebe Splint Gaming, also einer von den beiden, hat sich hingesetzt und hat mir die V1 noch mal ein bisschen editiert und ja, halt geguckt, dass die noch mal ein bisschen verschönert wird in meinem Style. Hier zum Beispiel Hashtag Cotixd und jetzt joinen wir einfach mal in eine Runde, die ingame ist, da ich gerade schon versucht habe, eine aufzunehmen. Ähm, ich dann aber allerdings ping, ping gespammt habe. Das war sogar die hier. Ah, und dann bin ich geflogen. Äh, ist auch mal nix. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr das hier gleich sehen könnt. Und zwar, ich habe, falls ich gleich mal sein Goldschwert zeigen sollte. Komm, zeig dein Goldschwert. Komm, zeig dein Goldschwert. Da war's doch, oder? Da war's, da war's, da war's. Aber wenn man steht auf dem Goldschwert, ähm... Ah, jetzt droppt das, danke. Auf dem Goldschwert steht Hashtag Killgeil. Ähm, auf dem Eisenschwert, was ich jetzt für die höchstwahrscheinlich nicht zeigen kann, steht Hashtag CodyArmy. Und, ja... Link dazu ist unten in der Beschreibung, sowohl zur V1 als auch zur V2. Und deswegen, ja... Downloadet es euch einfach. Guckt, wie ihr es findet. Und, ja... Ähm... Ich muss bei 1000 Abos unbedingt YouTuber-Ragen auf diesem Server mcplayerd.net anfragen. Ich werde hier jetzt schon zum vierten Mal drauf erkannt, oder so, auf diesem Server von insgesamt sieben Malen. Naja... Okay. Immerhin werde ich noch nicht getargetet. Auf diesem Server, deswegen. Ähm... Nun gut, ich hoffe, euch gefällt diese V2. Abonniert Splint Gaming, schaut mal bei denen vorbei. Die haben viel, viel mehr Abos verdient. Die bringen witzige, unterhaltsame Videos. Momentan kommt täglich ein Modpack-Video von Feed the Beast. Und, ja... Bring noch CSGO-Challenges. Schaut bei denen vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschö. Bis zum nächsten Mal und tschö. Bis zum nächsten Mal und tschö.